Das ist richtig. 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, and whatever. 1, 2, 3, 4. Passt. Ich nix meistert. Doch, verhältnismäßig schon. Scheiße, der war ganz falsch. Ich dreh durch. Ehrlich, warum macht der das jetzt so? Oh, leck's mir am Arsch. Leck's mir. Weißt was, wenn du nicht so magst, wie ich das mag, da klopp ich dich jetzt komplett raus und dann mach ich da einfach was ganz anderes hin. Du kannst mich am Arsch lecken, kannst du mich. So, bam, da kommst du dahin. Du kommst dahin, gehst jetzt bloß vernünftig um die Ecken, sonst hau ich die weg. Bam. So, machen wir dir zwei hin. Meine Frette. Bam, am Arsch. So, was kommt da jetzt hin da? Mann. Du kannst mich doch mal, Arschlochteil. Haltes Arschlochholz. Ja, ey. Ich fress dich. So, leck mich. Ah, mal eben hier Sachen einsammeln. Komm her, Bitch. Eins, zwei, dann die. Eins, zwei, dann die. Ist das da breiter? Das ist zwei breit. Das ist auch zwei breit. Der Narf. Eins, zwei. Da muss noch einer hin, oder? Au. Da. War das jetzt richtig? So. So. Ich glaube, ja, ne? Halleluja, sieht das scheiße aus. Also, mit ein bisschen Geduld kann man alles hinkriegen. So, jetzt muss ich mir das eben von oben nochmal angucken wieder. Ich krieg das noch hin. Wenn euch Janisch gefrustet, weißt du? Janisch. Was soll das denn auch gefrustet sein? Das macht voll viel Spaß hier, ne? Das ist voll mein Ding. Mal ein bisschen kotzen möchte ich manchmal, aber das ist ja normal. La, 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 la. Gott, wie lang ist denn das hier? Tschüss Erde, war schön mit dir, glaube ich. Die Leute wissen das gar nicht zu schätzen, was für eine Arbeit man sich macht. Die gehen da einfach nur drüber, trampeln da drauf rum und keiner weiß das zu schätzen, dass du hier drei Stunden an so einer scheiß verkackten Treppe gesessen hast, damit das von unten schön aussieht, weil das niemals jemand von unten sehen wird, weil alle nur drüber laufen. Aber du weißt, dass es da ist und für dich ist es die schönste Treppe, die du je gesehen hast, weil du sie selber gebaut hast mit deinen eigenen verkackten, blockigen Händen. Was willst du? Mann, ich werde gekloppt heute. Geh weg. Geh, halt die Fresse. Komm her jetzt. Verpiss dich. Tisch mir nicht an. Mann. Ich hasse Minecraft. Nein, natürlich nicht. Das ist das schönste Spiel auf der ganzen Welt. Nee, ehrlich, manchmal möchte ich halt kotzen, weil man hat eine Idee und dann will das nicht so... Ach, keine Ahnung, ey. Ah.